Hallo und guten Tag. Im letzten Video habe ich Ihnen gezeigt, wie man Datensätze feltert. So eine Termin bezeichnet man als Datenbank, wenn hier lauter Daten eben aufgeführt sind. In diesem Fall ist es eine Wohnung, die ich hier oder Wohnungen, die ich hier überwache, die Zimmer haben. Da steht die Anzahl der Zimmer, ob sie Einbauküchen haben, was sie an Kaltmiete bringen. Und hier steht, wer der entsprechende Mieter ist. Und ich habe hier mal den Filter gesetzt, dass ich wissen möchte, wie viele habe ich denn mit einer Einbauküche. Dann kriege ich hier diese Datensätze angezeigt. Und wenn ich mich hier hinstelle, dann zeigt mir Excel hier unten in der Statusleiste, dafür würde ich 2.705 Euro Miete pro Monat kriegen. Das könnte ich jetzt hier hinschreiben, das könnte aber hinterfalsch werden, wenn ich nämlich anders filtere. Das heißt, wenn ich mit der Funktion jetzt rechne und denke, es funktioniert bestimmt mit der Funktion Summe, dann tut es das nämlich nicht. Funktion Summe, markiere diesen Bereich, schließe meine runde Klammer, dann kriege ich nämlich 8.865 raus. Was hat Excel gemacht? Ich klicke mal meine Funktion doppelt. Und zwar Excel hat alle Zahlen, alle Kaltmieten berechnet, die zwischen der Zeile 5 und der Zeile 26 sind. Das heißt, auch die, die weggefiltert sind, die hat es einfach mitgerechnet. So funktioniert die Geschichte also nicht. Aber Excel ist wiederum schlau. Wenn ich mal ein Summenzeichen nehme, dann hat Excel ja erkannt, es handelt sich um eine Tabelle, in der gefiltert wurde und schlägt mir die Funktion Teilergebnis vor. Teilergebnis. Dann kommt eine 9. Da weiß ich jetzt noch nicht, wofür ist diese 9. Ist auf jeden Fall mein erstes Argument. Ein Semikolon kommt und jetzt kommt mein zweites Argument. Das ist der Bereich. Und zwar von der Zeile G2 bis 28. Es ist zwar erst nur von 5 bis 26, aber Sie sollten diesen Bereich auf alle Fälle, nämlich die erste Zeile, die in der Tabelle wäre und die letzte mit der Funktionstaste F4 feststellen. Denn wenn Sie sonst mal was filtern und da kommt jetzt hier ein Datensatz, der jetzt vorher nicht drin war, dann wird er eventuell nicht mit berücksichtigt. Also unbedingt darauf achten, dass Sie immer die Zeilennummer der ersten und die Zeilennummer der letzten Zeile haben und am besten mit der Funktionstaste F4 feststellen. Dann kann nichts mehr schief gehen. So, jetzt kriege ich meine 2705, hätte ich ja vorher auch gehabt, aber wenn ich nämlich jetzt sage, ich möchte nur die Zimmer haben, nur die Wohnung mit zwei oder drei Zimmern, dann kriege ich hier die entsprechend angezeigt und Excel hat jetzt hier auch mein Ergebnis entsprechend korrigiert. Aber was ich ja immer noch nicht weiß, wofür war die Funktion 9, wofür war dieses Argument? Ich fange mal an, meine Funktion händisch einzugeben, schreibe Teil, Teilergebnis. Wenn ich das nämlich mache, dann bringt mir Excel so eine Hilfestellung. Hier kommt eine kleine Tabelle mit Zahlen drin und wenn ich gucke bei der Nummer 9, die Nummer 9, dahinter verbirgt sich eine Funktion Summe. Das heißt, hier hat Excel die Summe berechnet aus diesem markierten Bereich, aus dem gefilterten Bereich. Funktion Summe mit der 9. Hier möchte ich jetzt wissen, wie viele Wohnungen habe ich denn, wo dies X drin steht. Das ist die Funktion Anzahl 2. Das ist eine 3, die könnte ich jetzt von Hand reinschreiben. Ich kann sie aber auch doppelklicken, setze mein Semikolon, um in das nächste Argument zu kommen und markiere diesen Bereich. Und hier ist es jetzt nämlich passiert, hier hat Excel jetzt gesagt, er ist von der 6. Zeile bis zur 26. Und das könnte mal daneben gehen. Also hier die 2 reinsetzen. Es könnte ja auch die erste drin sein. Und hier wirklich die 28 reinsetzen. Die letzte Zeile, die eventuell möglich ist. Nicht 228, sondern die 28. Und auch mit der Funktionstaste F4 feststellen. Dann sind Sie sicher, dass nichts mehr schief gehen kann. Und ich probiere das nochmal aus, hier mit dem Mittelwert. Und da ich mir diese vielen Zahlen, die da drin stehen, nicht merken kann, gebe ich einfach wieder Teil ein. Klicke Teilergebnis doppelt. Und gucke, was ist denn Mittelwert? Aha, das entspricht der Nummer 101. Klicke das doppelt. Und markiere diesen Bereich. Und auch hier wieder drauf achten. Excel hat mir jetzt meine Zeilennummer nicht richtig gebracht. Ich möchte unbedingt die erste und ich möchte auch unbedingt die letzte. Auch wenn ich sie in diesem Fall nicht brauche. Hier muss ich nochmal mit der F4-Taste auch feststellen. Dann bin ich sicher, dass egal was ich mache, dass ich auch wirklich alle Datensätze drin habe. Das ist die einzige Schwierigkeit bei dem Teilergebnis. Wirklich drauf achten, dass Sie den Bereich festgestellt haben, der ersten bis zur letzten Zeile. Und dann können Sie fleißig weiter filtern. Das, was Sie möchten. Ich möchte vielleicht auch noch die mit einem Zimmer. Die mit den halben Zimmern möchte ich nicht. Und Excel rechnet immer richtig für Sie. Probieren Sie es mal aus. Das ist eine schöne Sache mit dem Teilergebnis. Ich denke mal, kann der eine oder andere von Ihnen bestimmt gut brauchen. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch, danke und tschüss.